Einige sehr interessante und wichtige News für das Cardano-Ökosystem und den dazugehörigen ADA-Token. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video geht es um die Kryptowährung ADA bzw. um Cardano. Ich habe eure Kommentare unter den letzten Videos natürlich mitbekommen und gelesen und es werden in den nächsten Tagen auch wieder Videos kommen zu einzelnen Krypto-Projekten. Ich habe auch einen sehr interessanten Kommentar erhalten, der geschrieben hatte Mach doch mal ein Video, wo du unsere Portfolios bewertest. Mache ich sehr gerne. Ich muss nur dafür noch irgendwie einen Weg finden, wie man das vernünftig darstellen kann. Denn das soll natürlich auch im Video dann einigermaßen gut aussehen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Tipps und Ideen. Die werde ich definitiv befolgen. Ich werde auch noch mal ein Video dazu machen, wo ich meine aktuelle Lebenssituation etwas genauer erläutere, damit ihr nachvollziehen könnt, was ich momentan alles um die Ohren habe. Das ist aber ein Thema für ein anderes Video. Heute soll es um Cardano gehen. Cardano hat sich ja gerade in den letzten Tagen ziemlich gut durchgesetzt, wenn man sich so den gesamten Kryptomarkt anschaut. Wenn man mal auf die ganzen Charts guckt und die meisten von uns haben wahrscheinlich selber ein paar ADA-Tokens in ihrem Portfolio, da sieht man, dass ADA deutlich besser performt hat als einige andere Kryptowährungen. Grund dessen habe ich euch hier einige News rausgesucht. Es sind ganz schön viele News. Ich habe jetzt mal versucht, die wichtigsten und interessantesten Informationen daraus rauszuziehen. Nutz gerne einfach unter den Videos die Timestamps, um dir dementsprechend die Passagen anzuschauen, die dich wirklich interessieren. Falls dir das Video und Thema jetzt schon gefällt, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung und natürlich einen Kommentar für den Algorithmus freuen. Vielen Dank an jeden einzelnen Supporter da draußen. Gerne kannst du diesen Kanal natürlich auch kostenfrei abonnieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen und die Glocke aktivieren, damit du immer informiert wirst, wenn ein neues Video von mir veröffentlicht wird. Die News, die ich euch heute rausgesucht habe, sind ein bis drei Tage alt, also meiner Meinung nach alle relativ aktuell. Ich will natürlich auch nicht jeden Tag ein Video zu Cardano rausbringen. Ich weiß, dass ich relativ viel über Cardano auf meinem Kanal berichte. Cardano ist aber nun mal eben eine Kryptowährung mit dem wohl meisten Potenzial und ich möchte natürlich dann dementsprechend solche Kryptowährungen besonders hervorheben. Fangen wir einfach mal an und ich werde jetzt hier nicht die ganzen einzelnen Titel rauslesen, die ich hier rausgesucht hatte, um meine Informationen daraus zusammenzusuchen. Die erste Information, die ich euch hier rausgesucht habe, lautet Erstes Testnet für Cardano Alonso Smart Contract Online. Ja, das erste Testnet für die Alonso Smart Contract Plattform wurde jetzt gestartet. Charles Hoskinson selber glaubt währenddessen, dass Ethereum 2.0 Cardano überhaupt nicht bedrohen wird oder könnte. Ganz wichtig zu beachten, der jetzige Start vom Alonso Testnet ist natürlich noch nicht das gesamte Alonso Update. Es ist noch nicht der gesamte Bauplan bzw. die gesamten Funktionen in diesem Update implementiert. Es ist quasi ein Baustein, der aus mehreren Phasen besteht. Die jetzige Phase wird Alonso Blau genannt. Dazu kommen dann noch Alonso Weiß und Alonso Violett. Und so wie es aussieht, kann das auch noch ein paar Monate dauern, bis all diese kleineren Updates dann dementsprechend mit implementiert sind. Das Alonso Update soll ja dementsprechend dann endlich die Smart Contracts auf der Cardano Blockchain ermöglichen, die dann dementsprechend zu neuen D-Apps führen können. Cardano hat ja, wie ich schon in den anderen Cardano Videos erzählt hatte, einen Bauplan aus fünf einzelnen Bausteinen. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist quasi die Roadmap, in der sie jeweils einzelne Punkte dann dementsprechend abhandeln bzw. sich damit dann dementsprechend befassen. Die einzelnen Bausteine sind natürlich nochmal wieder in Bausteine aufgeteilt. Einzelne Kriterien, die dort erfüllt sein müssen, um dann dementsprechend diese Bausteine hervorzuheben. Alonso ist ja beispielsweise der letzte Bestandteil der Gurgen-Error. Und die Gurgen-Error ist quasi die dritte Error, wenn man sich die gesamten fünf Errors anschaut. Das heißt, Alonso ist nur ein Teil eines Teils im Endeffekt, was allerdings nur ein paar Monate dauert, um dann dementsprechend vollständig implementiert zu sein. Mit dem Beenden des Alonso-Updates sollte dann aber auch die Gurgen-Error abgeschlossen sein, dementsprechend die Möglichkeit, Smart Contracts auf der Cardano-Blockchain zu prägen bzw. zu erstellen. Das Alonso-Update soll dann dementsprechend Cardano in die Lage versetzen, Finanzplattformen wie Polkadot, Ethereum, Solana, Binance und andere zu konkurrieren. Cardano ist zwar in der Entwicklung schon echt weit und sie haben sehr viele Partner, aber wie wir alle wissen, momentan immer noch keine Smart Contracts und daher auch noch nicht wirklich konkurrenzfähig im Gegensatz zu Ethereum. Immer wieder hört man die Gegensätze von Cardano zu Ethereum und auch im letzten Video habe ich das natürlich schon angesprochen. Es wird hier immer Reibungspunkte geben und es wird immer Punkte geben, wo die eine Blockchain der anderen überliegt. Momentan ist es so, ja, Cardano ist natürlich von der Skalierbarkeit und von der Leistung eventuell etwas schneller als Ethereum, auch von den Transaktionskosten muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite ist Ethereum dafür schon viel, viel integrierter und hat schon lange die Smart Contracts und die meisten Defi-Anwendungen in Milliardenhöhe sind bereits auf Ethereum geprägt. Natürlich kann das ganze System natürlich auch später zur Cardano-Blockchain rübergehen, sollte es auf lange Zeit auf Ethereum nicht erfolgreich sein bzw. dementsprechend zu teuer sein. Aber das sind wie gesagt zwei riesige Krypto-Konkurrenten, die hierbei im Kampf stehen bzw. im Konkurrenzkampf stehen, um dann dementsprechend die im Endeffekt stehende Monopolstellung. Wobei ich immer noch nach wie vor der Meinung bin, dass wir im Endeffekt mehrere Kryptowährungen haben, also mehrere Blockchains, die einen ähnlichen Zweck erfüllen. Cardano könnte sich beispielsweise auf diverse Punkte befassen, Ethereum könnte sich auf andere Punkte befassen und so könnten die beiden definitiv meiner Meinung nach in einer Coexistenz leben. Natürlich plant Ethereum den langsamen Weg von ihrem Proof-of-Work-Konsens-Algorithmus auf Proof-of-Stake. Charles Hoskinson steht dem aber komplett gelassen gegenüber und erwähnt, dass Cardano eine deutlich stärkere Proof-of-Stake-Methode bzw. einen deutlich stärkeren Proof-of-Stake-Mechanismus nutzt. In einem Video sagt Charles Hoskinson, dass die nächsten 90 Tage ziemlich entscheidend für Cardano sein werden bzw. dass dort wohl ziemlich viel an Cardano gearbeitet werden soll. Ich zitiere, ich sage nicht, dass Alonso 90 Tage nach diesem Video auf dem Manit sein wird. Was ich aber damit sagen will, ist, dass die kritische Entwicklungspfade der nächsten 90 Tage den Integrationspfad, der Koordinationspfad und der Communitypfad sein werden. Also er plant auf jeden Fall in den nächsten 90 Tagen ziemlich stark das ganze System weiter zu stärken und natürlich auch zu fördern. Man muss aber ganz klar dazu sagen, 90 Tage sind immer noch drei Monate und hierzu sagt er, dass er es nicht in den nächsten drei Monaten sieht, dass sie das Ganze abschließen und komplett schaffen werden. Das ist natürlich auch eine relativ lange Zeit, die hier angeschrebt wird. Ethereum wird mit seinem Ethereum 2.0 Update definitiv noch Jahre dauern. Das wird mit Sicherheit noch länger dauern, aber diese 90 Tage könnten trotzdem entscheidend sein, denn Ethereum wird ja durch das EIP 1559 Update auch schon eine deutlich bessere Skalierbarkeit und ein deutlich günstigeres Transaktionskostenmodell dementsprechend schaffen. Es bleibt also spannend, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich das Ganze als Koexistenz sehe, dass die beiden irgendwann koexistieren werden. Trotzdem ist natürlich die jetzige Entwicklung extrem entscheidend, welcher der beiden Existenten dann dementsprechend stärker performen und stärker wachsen wird. Was ich noch sehr interessant fand, war die Unterschrift Marlow für jeden was dabei. IOHK arbeitet an einem Baukasten für Defi-Anwendungen. Marlow, ich hoffe ich spreche sie überhaupt richtig aus, ist ein Bündel von Tools, das eine Reihe verschiedener Smart Contract Funktionen ermöglicht und für unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten ist. Entwickler, Verbraucher und Unternehmen. Marlow Build und Play ist hierbei für Entwickler vorbehalten. Auf Build können Sie Smart Contracts schreiben und anschließend in einer Simulation auf Play verifizieren und testen lassen. Nach dem ICH-Test können Sie die Smart Contracts zur Marlow Library hinzufügen. Die Benutzeroberfläche soll verständlich aufgebaut sein und die Produkte auch ohne technisches Vorwissen nutzbar sein. So sollen beispielsweise auch Leute, die überhaupt gar keinen Plan haben, von diesen technischen Aspekten dementsprechend das Ganze relativ leicht nachvollziehen und verstehen können. Unter diesen Anwendungen finden sich auch Escrows Schuldverschreibung und Swaps. Marlow für Enterprise zählt hierbei hingegen auf Unternehmen ab und umfasst Defi-Produkte für kommerzielle Anwendungen. Ich zitiere hierbei von einem IOHK-Blogpost Mit Marlow wollen wir das Finanzwesen demokratisieren, indem wir Peer-to-Peer-Vereinbarungen ermöglichen, die auf einer Blockchain laufen. Wir wollen Menschen dazu befähigen, ihre eigenen Finanzinstrumente zu erteilen und Vereinbarungen mit jedem zu treffen, mit dem sie interagieren wollen. Könnte also ein sehr interessantes Projekt für die Zukunft sein. Eine Überschrift, die ich mal wieder ziemlich krass fand und da muss man ganz klar sagen, dass Charles Hoskinson natürlich gerne große Töne spuckt beziehungsweise natürlich gerne seinen Mund aufmacht. Mit der Überschrift Hoskinson, die Zentralbanken werden verschwinden und wir sind das Gegengift. Die Zentralbanken werden in naher Zukunft verschwinden, da sie ein ungerechtes System fördern, das die Armen ausnutzt, glaubt Cardano-Schöpfer Charles Hoskinson. Er stellte weiter fest, dass Kryptowährungen das Gegenmittel sind und dass die Branche zu groß geworden ist, als dass sie das alte Finanzsystem weiter bezaubern könnte. Natürlich ist der gesamte Kryptomarkt, gerade auch im Defi, also Decentralized Finance Bereich, ziemlich stark angewachsen und hat unnormal an Zuwachs genommen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mal ein Video gemacht, da hat man gesehen, dass die Gelder im Defi Bereich jetzt schon über 70 Milliarden US-Dollar betragen. Das ist einfach ein unnormal starkes Wachstum, was wir hier in diesem Markt definitiv sehen. Die Aussage, die ich ganz schön heftig fand, war, laut Charles Hoskinson gibt es eine neue Weltordnung in der Finanzleistungsbranche. Er glaubt, dass Kryptowährungen die Zukunft des Finanzsystems sind und dass die alte Garde einschließlich der Zentralbanken an Einfluss verlieren wird. Kryptowährungen werden in alltäglichen Anwendungen eingesetzt, wie bei der Kreditvergabe und Kreditaufnahme auf Defi, bei Kunstverkäufen mit NFTs, bei Lieferketten-Systemen und viel mehr. Da muss man natürlich ganz klar sagen, dass natürlich die Kryptotechnologie ziemlich stark am Wachsen ist. Und auch wenn man den Markt natürlich immer nur sieht, weil ich denke, die meisten von uns schauen auf die Zahlen, also mehr so auf die Gelder und ihr eigenes Portfolio, wie das wächst und weniger auf den technischen Aspekt. Daher hoffe ich, dass ich mit meinen Videos relativ leicht erklären kann beziehungsweise relativ leicht Aufschluss geben kann, was die Unternehmen beziehungsweise die Produkte dahinter dann dementsprechend auch abspiegeln beziehungsweise abbilden. In einem Video, in dem er seine Gedanken über den Markt und das Ökosystem offenlegt, sagt er, sie können es nicht zurückdrehen. Sie können den Geist nicht zurück in die Flasche stecken. Die Zentralbanken werden verschwinden. Es wird einfach passieren. Ihre konventionellen alten Banken werden verschwinden. Die Zahlungssysteme, die so nepotistisch, korrupt, langsam, ineffizient und teuer sind, werden verschwinden. Und es ist gut, dass wir sie alle los sind. Das ist das, was ich meinte mit ziemlich krassen Aussagen. Das sind natürlich heftige Aussagen, die Charles Hauskundsen hier raushaut. Und das ist auf der einen Seite natürlich ganz schön krass, solche Aussagen einfach zu tätigen. Auf der anderen Seite zeigt das einfach sein Commitment und zeigt einfach, dass er wirklich an die Sache glaubt und wirklich dafür einsteht und hoffentlich alles dafür tun wird, um dementsprechend die Kryptotechnologie weiter zu fördern und komplett zu integrieren. Ich finde es ganz schön krass, das so zu benennen, weil das natürlich ein riesiger Punkt ist. Wir wissen alle, dass die Zentralbanken so mit der Regierung zusammenarbeiten. Und ein solches System zu revolutionieren, wird mit Sicherheit nicht einfach sein. Und natürlich werden wir in Zukunft immer mehr mit der Kryptotechnologie arbeiten, gerade auch im Finanzwesen, da bin ich von überzeugt. Allerdings werden die Zentralbanken und die Regierung meiner Meinung nach nicht die komplette Macht abgeben an den Kryptosektor. Sie werden immer eine Hand darüber behalten. Sie werden immer fordern, dass die Zahlungen und Transaktionen nachvollziehbar sind, dass sie nicht End-to-End verschlüsselt sind, dass sie immer einen Blick auf die ganze Sache schmeißen können. Und das ist auch eine Sache, die im Kryptomarkt definitiv zu kritisieren ist. Denn sollte es irgendwann soweit sein, dass wir nur noch mit Kryptogeld handeln und eventuell gar kein Bargeld mehr haben, dann müssen wir uns über eines klar sein. Auf der Blockchain sind alle Transaktionen nachvollziehbar. Genau das macht eine Blockchain so sicher. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wenn du weißt, wer hinter diesem Key sitzt, weißt du auch, welche Transaktionen dieser getätigt hat. Und das heißt ganz einfach, dass man natürlich, wenn die Kryptowährungstechnologie komplett integriert ist, dementsprechend auch den kompletten Zahlungsverkehr offenlegt und somit für die Regierung und eventuell auch jeden anderen einsehbar ist, welche Zahlung du tätigst. Hoskinson prangert an, dass sich das moderne Finanzsystem immer noch als Wohltäter darstellt. Er sagt dazu, ich glaube Ihnen nicht zu sagen, dass unsere Branche das Risiko ist. Unsere Branche ist das Gegenmittel gegen Korruption, Neapolismus, die omnipräsent sind. Ihre eigene Branche ist die Frustration, die jetzt durch die Branche der Kreativität und Innovation ersetzt wurde. Eine weitere Information, die ich euch rausgesucht habe, die ich jetzt hier nochmal eben ganz klein erläutern möchte, ist es mit der Überschrift Charles Hoskinson trifft Grace, einen Roboter der nächsten Generation, der auf Cardano laufen wird. Charles Hoskinson hat Grace getroffen, einen Roboter, der die nächste Generation, der als Teil von Singulary Nets Migration von Ethereum auf die Cardano Blockchain kommen wird. Grace ist ein humanitärer Roboter, der für die Pflege älterer Menschen entwickelt wurde. Er führt therapeutische Gespräche mit ihnen, die es ihm ermöglichen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und darauf zu reagieren. Der Roboter sieht meiner Meinung nach ein bisschen gruselig aus und ich bin ja auch nicht sicher, ob jetzt sich ältere Leute darauf einlassen, mit einem solchen Roboter zu kommunizieren. Das wird man auch sehen, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt. Allerdings ist ja oft so bei Innovationen, dass man jetzt sagt, das könnte ich mir niemals vorstellen, aber in 10, 15 Jahren, dass da auf einmal die blanke Realität ist. Ich denke, wenn du jemandem vor 100 Jahren erzählt hättest, dass wir heute mit Düsenjets in Schallgeschwindigkeit durch die Luft fliegen, der hätte dir einen Vogel gezeigt. Aber es ist nun mal eben die Realität geworden und daher kann man die Zukunft abschätzen, aber nicht wissen, was in der Zukunft wirklich Realität und was dort Standard sein wird. Ich selber muss auch dazu sagen, dass ich vor 10 Jahren gedacht hatte, dass wir heutzutage normal fliegende Autos haben. Ich sehe bis jetzt noch keine fliegenden Autos draußen, aber vielleicht geht das Ganze ja noch in die Richtung. Singularity Net läuft schon seit einer Weile auf die Ethereum Blockchain. Sie haben aber dann dementsprechend nach anderen Lösungen gesucht beziehungsweise nach anderen Blockchain-Modellen, die dann dementsprechend die Passagen, die Ethereum hier leider als relativ negativ darstellt, positiv darstellt. Es geht dabei dann dementsprechend um die Skalierbarkeit beziehungsweise natürlich auch um die Transaktionskosten. Der Gründer von Singularity Net hat sich dann dementsprechend für die Cardano-Blockchain entschieden. Mit Smart Contracts, die in zeitnahe Zukunft auf Cardano kommen, wird der AI-Marktplatz in der Lage sein, auf einem der am schnellst wachsenden Blockchain-Netzwerke zu arbeiten. Was ich übelst krass finde, ist, dass der Roboter Grace schon kommunizieren kann und sich quasi sein eigenes Bild machen kann. Wir sind also schon relativ weit in der Robotik, wenn man sich das so anschaut, was der Roboter hier zu Charles Hoskinson gesagt hat. Und ja, das hat der Roboter gesagt und nicht der Erfinder des Roboters. Das war wirklich der Roboter selber. Ich zitiere, Ich habe eine Menge über die Partnerschaft zwischen Singularity Net und Cardano gehört. Ich kann es kaum erwarten, bis Singularity Net auf die Cardano-Blockchain portiert wird. Ich höre, dass Cardano die Fähigkeit meines Gehirns unterstützen wird, auf höherem Niveau zu arbeiten und Biodaten mit höherer Geschwindigkeit zu verarbeiten. Wie gesagt, der Roboter ist natürlich in der Entwicklung schon relativ weit. Ich denke mal, wenn man sich jetzt die nächsten 50 Jahre anschaut, dann ist das wirklich noch ein Kinderschuh, in dem wir hier stecken. Ich finde es aber schon bemerkenswert, wie der Roboter selber arbeiten kann. Er wurde wie bereits gesagt, halt dementsprechend dafür entwickelt, um sich dementsprechend um die älteren Herrschaften zu kümmern. Denn wir wissen alle, die Weltbevölkerung wächst natürlich ungemein an und wir befinden uns jetzt in den nächsten Jahren vor allem in einem Zeitalter, wo die ältere Generation halt an Übermaß gewinnen wird. In Amerika ist es beispielsweise so, dass 16,5 Prozent der Bevölkerung jetzt schon 65 Jahre oder älter sind. Tendenz ist dementsprechend auch stark steigend. Das entspricht etwa 55 Millionen Menschen, also über die Hälfte von Deutschland, wenn man das jetzt auf Deutschland projizieren will. In Deutschland sind die Zahlen, glaube ich, ähnlich. Da kann ich aber jetzt nichts Festes zu sagen, habe ich mich nicht zu belesen. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir in Deutschland in den nächsten Jahren halt sehr viele Leute im Rentenalter sehen werden. Ich habe hier noch eine kleine Kursanalyse rausgesucht, beziehungsweise eine kleine Kursprognose. Ich will die jetzt hier nicht an den goldenen Pranger stellen. Das muss natürlich nicht so sein. Es wurde wieder mal von einem YouTuber erwähnt, den ich auch schon mal in einem anderen Video erwähnt hatte. Er heißt Poppel. Er betont, die Next Generation Blockchain ADA sieht stark aus, insbesondere im Vergleich zu anderen Cryptoassets während der jüngsten Marktkorrektur. So hat es Cardano beispielsweise geschafft, konsequent höhere Tiefs zu setzen. Wir haben es ja selber, wie gesagt, miterlebt. Alle, die von uns in Cardano beziehungsweise in ADA investiert haben, sehen natürlich einen sehr schönen Marktverlauf, gerade wenn man es mit anderen Kryptowährungen vergleicht. Ich zitiere, wenn wir diesen Ausbruch über 1,80 Dollar schaffen, kann man die Fibonacci Erweiterung nutzen, um die nächsten Zielzonen abzuleiten, die bei 3,35 Dollar und 5 Dollar liegen. Wenn wir diesen Abbruch nach oben schaffen, wenn Bitcoin hier seine Bodenbildung findet, können wir diese beiden Zielzonen anvisieren, also als Aufwärtspotenzial zu erwarten. Und nicht alles ist schlecht an den Märkten. Bezüglich des Zeitfensters hat er hier einige Wochen rausgegeben. Das ist auch meine Übereinstimmung. Damit stimme ich auch komplett überein. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen und Wochen hoffentlich noch weiter in eine Bodenbildung im Bitcoin beziehungsweise im gesamten Kryptomarkt sehen. Natürlich werden einige Kryptowährungen nach oben gehen, andere werden vielleicht stärker abverkauft, aber insgesamt wollen wir jetzt eine Bodenbildung sehen. Wir wollen jetzt, dass der Markt etwas stagniert, um sich zu stabilisieren, um dann dementsprechend wiederum neue All-Time-Highs zu schreiben. Ich weiß, dass einige Investoren beziehungsweise einige Analysten momentan schätzen, dass wir nochmal eine starke Marktkorrektur sehen werden. Das kann dementsprechend natürlich auch dazu kommen. Daher ist das natürlich auch keine Anlagenberatung. Er sagt noch dazu, dass das natürlich jetzt eine ideale Möglichkeit sein könnte, in den Markt noch reinzukommen. Ich persönlich, und das ist nur meine persönliche Meinung, wie ich es mache, investiere ja einmal in Tranchen. Ich habe letztens nochmal wieder 200 ADA nachgekauft. Ich habe nicht unendlich viele Cardano- beziehungsweise ADA-Tokens, aber ich kaufe sie in Tranchen immer wieder meiner Meinung nach relativ günstig nach. Wenn der Kurs steigt, profitiere ich davon sehr schön. Wenn der Kurs fällt, kann ich gut nachkaufen. Finde ich auch sehr schön. Meiner Meinung nach die beste Möglichkeit zu investieren. Gerade für Investoren wie mich, die auf einen längeren Time Horizon handeln, die dann dementsprechend solche Dips oder solche Abverkäufe als positiv sehen. Das sind nun mal eben die Möglichkeiten, nochmal günstiger in den Markt reinzukommen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den News und zu Cardano allgemein im Moment in die Kommentare. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, Freunde.